Ich bin derjenige. Kannst du mal eine Rede für den Buch zuhören? Okay. Hast du eine Rede? Ich hab eine Rede, also jetzt mal so kurz mal... Hast du eine Rede für ein Basti? Ja, jetzt bin ich so gut. Arsch ich mir immer einen Ruf! Scheiße! Ja, nicht so eine Rede wie du, vielleicht nicht so spaßhalber. Alles klar? Ich erzähle dir die ganze Geschichte, wie jetzt alles entstanden ist. Wir haben auch ein Zitat. Deniz. Wir haben auch ein Zitat, vielleicht willst du das bei alkesbach.com Was mit einem guten Namen ist, weil die Gammler war. Was da? Ah, das sagst du doch nur. Das jetzt auszuführen... Das kapierst du eh nicht. Ich hab grad der Egell immer Pisse gefilmt. Der Egell! Nein, jetzt so Hübsche! Ja, die haben was mit mir Hübschen. Nein, bitte! Oh Gott! Oh Gott! Hi! Schwarz ane! So ein Scheiß-Wichser mit Mil-Es-Nazi-Kacke! Was willst du, Herr Mil-Es-Nazi-Kacke? Panne, dieabmodel milli-KarAT-L鍵. Was macht denn der? Schöööö! Die ist kalt! Die wollen wir jetzt nicht mal langsam neu gehen. Ja, muss halten, ihr Spastisal! Ja, muss halten, ihr Spastisal! Immer noch voll eine Schlange! Oh, Mann! Ja! Schreien die die Brüste auf! Das ist trotzdem wunderschön! Ich glaube, es ist in den Hut! In den Hut! Das ist schon mal! Wir werden kunden, nein! Silent Hunter! Hey! 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 City Zerkorn! Was los du her? Hey! Was los du her? Der Häuptling! Der Häuptling! Sie mit Flickskütteten und den Zug gefahren mehr als die in den Puppe und wenn die Halle febt ist doch gerade mal die Truspro wieder da! Ja, ist ja in Ordnung! Was? 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 Mildete! Denny Denny! Du Spastis! Der Häuptling! ua! Was ist das? Was ist das für Fassel? 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 Was für ein Scheiß, du menschel, ey. Oh, scheiße, ey. Abu, 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 Abu. Yeah. Abu's in the house. Abu's in the house. Was ist die, die? Was ist die? Hallo, scheiße. Ja, schon, ja, ich ...